Sind sie zusammen oder nicht? Bei den Simbon Eyes verwirrten Tima Bartels, 23, und Eyes-Partnerin Amani Fancy, 21, mit ihrer Liebes-Show die Fans. Sie wirken auf dem Eis wie ein verliebtes Paar, doch ein klares Statement gab es von den beiden bisher nicht. Doch jetzt offenbart Tima die Frau an seiner Seite. Schon beim ersten Auftritt von Club der Roten Bänder Star Tima Bartels und Eiskunstläufer in Amani Fancy haben die Fansing on Eyes Zuschauer gemerkt, bei den beiden Funks. Beim ersten Kennenlernen sagte die Profisportlerin kichernd, ja, er sieht echt gut aus. Und auch der Schauspieler betonte in der Like schon mehrfach, am Ende ihrer Performance deuteten die vermeintlichen Tour-Teltauben einen Kuss an Hoch. Aber was zwischen den beiden wirklich geht, plaudern sie bisher nicht aus. Bis jetzt. Na, endlich. Der Schauspieler zeigt in seiner Instagram-Story ganz offen, wen er liebt. Seine Freundin heißt Michelle, hat dunkle Haare und sieht Amani ganz schön ähnlich. Timur schreibt im Netz, in dem süßen Post ergänzt Timur noch ein Herz-Emily und markiert seine Liebste. Eindeutiger geht es nicht. Timur schockte die Fans mit seinem plötzlichen Ausstieg bei Dancing on Eyes. Dann die traurige Nachricht, Timur hat seinen Vater verloren. Michelle gibt ihm jetzt die nötige Kraft, diesen schweren Schicksalsschlag durchzustehen. Macht Timur seiner Freundin eine rührende Liebeserklärung. Wie schön! Die Temperatur ist eine Rührende Liebeserklärung. Sie sehen, dass sie eine Rührende Liebeserklärung sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017